Jürgen-Dieter Niedner Jürgen-Dieter im Jahr 1945 a protože v té době, v Březnu, Dubnu byl Cheb bombardován nádraží bylo totálně zničeno pohyb obyvatel a všech se zastavil a zůstal jsem zde v Chebu, kde jsem byl později dát k adopci Die Egerländer wo sind sie heute? Was ist aus ihnen geworden? Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben deshalb versuchten wir all das einzufangen, was die Egerländer ausmacht Die Tracht, die Musik ihre Instrumente ihre Tänze, die Sprache eben die gesamte Egerländer Kultur Es berichteten Personen sowohl der Erlebnis als auch der Bekenntnisgeneration aber auch Personen, die in ihrer alten Heimat Egerland der heutigen Tschechischen Republik verblieben sind und hier die deutsche Minderheit ausmachen Unser Anliegen war es ein zeitgeschichtliches Dokument zu erstellen für die junge Generation beider Länder Wir haben ganz bewusst versucht politische Zustände der damaligen Zeit auszuklammern und die persönliche Meinung der Interviewpartner in den Mittelpunkt zu stellen Unser Ziel wäre es durch diese Dokumentation einen bewussten Beitrag zur noch intensiveren Verständigung zukünftig zwischen den betroffenen Ländern zu leisten Das Wort Sudetenland ist aus der Not nach 1848 entstanden und wurde erst von diesen Politiker und Dichter Franz Jesser im Parlament in Wien 1904 eingeführt Natürlich ist das Wort schon von Tacitus vor 2000 Jahren geprägt das Wildschweingebirge das Sudetengebirge Und da gab es tatsächlich Mitstudierende die dann um die 20 Jahre alt waren die gesagt haben naja wenn die Deutschen mit dem Hitler in die Tschechei gegangen sind dann ist ja klar dass sie hinterher wieder rausgeschmissen wurden In bestimmten Lehrbüchern kann man wirklich nicht nachvollziehen woher die Sudetendeutschen kommen Aber es gibt auch Lehrbücher wo es eben steht mit einem Satz also die Sudetendeutschen haben Jahrhunderte da gelebt Das sind ganz große Wissenslücken auf der tschechischen und auf der deutschen Seite Wir haben auch Jahre lang zusammengekehrt 800 Jahre Böhmen, Österreich, Ungarn war zusammen sonst wäre damals kein Mensch ich gehe nach Ungarn vom Kreisbad nach Budapest aber das war ja die Donau-Morrig das war ein Staat Da sahen wir wie die Maschinen der Engländer immer ins Tal von oben hinein und die Bomben abwarfen da sahen wir auch aufsteigen ich als Bub begriff das nicht ganz Oder dass schnell Fensterscheiben ersetzt wurden durch Pappkartons das habe ich also noch voll im Bild diese Häuser mit toten Fenstern und auch mal und auch mal kommt ein Bombensplitter geflogen weil die Frau schon so groß der Schnee war cool schwarz 200 Meter hinter unserer Ortschaft den Wald und da haben wir es nachher angeschaut da war ein Bombentrichter da da hast du ein Haustankchen ich hab gesagt wenn das damals uns getroffen hätte die Häuser die Ortschaft da wäre uns die Vertreibung erspart blieben dieser junge Tscheche der hat irgendwann zu uns gesagt ihr müsst da weg aber es flogen auf einmal durch die Spalte dieser Schiebetür weiße Streifen hinaus und das waren die Armwinden die die Deutschen nach dem Krieg tragen mussten ja Luftbomben ja die haben weiße Pulver dann in die Hosen und Hemden gesprüht und mit diesem weißen Pulver wurden wir dann entlaust ja Als Buhl hat mich immer gewehrt wenn einer zu mir gesagt hat Flüchtling das war für mich eine Katastrophe ich war ein Heimatvertriebener und kein Flüchtling wir mussten in der ersten Zeit betteln gehen damit wir was zu essen bekamen man muss sich aber wirklich fragen wie die Einheimischen das damals bewältigt haben auch uns so aufnehmen das war also schon eine große Leistung was die vollbracht haben wir wurden also 1945 nicht vertrieben wie Millionen andere da habe ich mir immer gedacht dieses Schicksal ist eigentlich schlimmer als das was die Vertriebenen erlebt haben die kamen in ein deutsches Land gleiche Sprache Schule Aufbau und ja heimatlich irgendwo da wo wir hingekommen sind in die Oberpfalz die sprechen fast die gleiche Mundart wie wir mit ein paar Abwandlungen und nach kurzer Zeit waren wir alle integriert mit dem Dorf wo ich komme das war 1945 waren alle Bürger dieses Dorfes vertrieben alle 800 sind vertrieben worden aber ab 1948 so wie es auch meine Familie betroffen hat wurde dieses Dorf komplett wieder angesiedelt das heißt mit Restdeutschen aus der gesamten Republik weil wir waren da oben im Erzgebirge ist ja bekannt gab es ja diese Uranbergwerke und nachdem die Deutschen alle vertrieben worden sind hat man ja überhaupt keine Menschen mehr gehabt die das betreiben konnten das war sehr wichtig weil für Russland war die Atombombe hat die höchste Priorität gehabt diese Dörfer waren vorher zu 100% deutsch und nach der Vertreibung ab 48 auch wieder zu 100% deutsch sein Vater hat immer gemerkt wir kommen wieder heim der hat Saatgut über Grenze geschafft und Maschinen du wirst doch keinen Schupfen bauen das war ein paar Jahre dann sagt er wir kommen doch wieder heim hat mein Vater gesagt ich glaub nicht dass wir noch heim kommen die wurden in den Barackenlagern untergebracht und waren teilweise bis zu neun Jahren in dem Barackenlager drinnen aber was in diesem Lager schon am Positiven passiert ist die haben zum Beispiel einen Raum hergenommen und haben einen Marienaltar aufgebaut und haben einen Maiandach gehalten 49 haben wir schon den ersten Maibaum in Wendlingen aufgestellt das war also verboten zu dieser Zeit irgendwas zu verkaufen man durfte also nicht ausschenken das gab gar nichts und für die Kinder hat man Egerländer Glechselkuchen hergerichtet das hat ein spezieller Kuchen mit Quark mit Mohn da haben wir gesagt wenn die den Kuchen sehen das ist alles voller Kuchen da kommt ja ein Teufelskuchen dann haben sie gesagt zu den Kindern aufessen was geht bevor die Leute da sind und das war natürlich für uns wir hätten ein Stück Kuchen bekommen und dann hast du fünf oder sechs dann sind wir auf dem Tisch von allen Seiten sind die Kinder dran gewesen zu viert so fünft dann haben wir den Kuchen in uns reingewirkt es kann keiner da bleiben auf der schönen Ehre a jeder ma fuhrt aber keiner geht gern du hast's überstanden für immer daran wir haben's halt noch vor uns und werfen und werfen zu zahlen hat Dank für dein Gott sei für die Blauch und für die Mehl weil's Gott es zusammen sein mit dir wird's so schön weil der Herrgott will mag's kommen weil der Herrgott will mag's werden das Leben ist näherer Hutze auf der schön werden was ich mich noch erinnern kann wenn's Weihnachten wenn dann das Essen war ab 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 nach Heiligabend neunerlei das weiß das sind neun verschiedene Speisen zum Beispiel auch Apfel dabei da sind Pflaumen dabei und das hat ja jeder anders gemacht da hast zum Beispiel einen Kartoffelsalat gemacht wo du dann Karotten und alles drin gehabt hast meistens ein Schnitzel die anderen haben einen Fisch gemacht und das war halt die gute Tradition dafür haben wir dann automatisch auch die tschechische Staatsbürgerschaft annehmen müssen es waren auch wenige dabei die sich damals zum Kommunismus zugewandt haben die mussten in eine tschechische Schule gehen wo sie kein Wort verstanden sie waren ja aus einem rein deutschen Gebiet und waren dann nicht in der Lage tschechisch richtig zu beherrschen wir hatten einen Lehrer der konnte kein einziges Wort Deutsch und wir waren deutsche Schüler und konnten kein einziges Wort tschechisch und dann haben wir ihn fast ein Jahr gebraucht damit wir überhaupt miteinander kommunizieren konnten wir waren damals Kinder sieben, acht, neun Jahre alt und wir waren damals Kinder sieben, acht, neun Jahre alt die Feder sind teilweise im Krieg geblieben waren vermisst die Mütter waren alleinerziehend und das in einem Land wo ich die Sprache nicht beherrsche wo du angefeindet worden bist teilweise konnten wir nicht in die Geschäfte gehen obwohl es schon weit nach der Vertreibung war wir wurden immer als Menschen zweiter Klasse behandelt und ist erst dann, wie gesagt, Mitte der Sechziger Jahre besser geworden ja, also ich bin nach drüben geboren 1967 in Falk genau geboren und meine Familie ist dann eben im Prager Frühling als die Ausreise dann möglich war sind wir also dann ausgesiedelt und ich war also zehn Monate alt als ich nach Bayern kam bin hier aufgewachsen und Bayern ist natürlich für mich meine Heimat ja, das ist ganz klar Wir sind 1969 kurz vor der Grenzschließung als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen waren zwei Jahre im Übergangslager in Neuburg an der Donau Wir waren zwei Jahre im Übergangslager in Neuburg an der Donau und deswegen bin ich so lange geblieben mit ihrem Antrag über das Rote Kreuz Familienzusammenführung hat aber die damalige Regierung, die tschechische Regierung nicht anerkannt sowas und mein Bruder hat mir die Ergebnisse der Helsinki-Konferenz aus Deutschland heimlich in die Tschechei gebracht und ich hab dir in meinem Antrag die Paragraphen aufgeführt und dann wurde ich ganz schnell weg, dass ich das nicht weiter verbreite ich hab's aber verbreitet natürlich, Abschriften das Baby war gerade acht Monate so meine große Tochter quasi noch infallgenau geboren kann aber kein Wort egelanderisch und kann kein Wort tschechisch es war ja so, dass auch ich selber schon mit dem Gedanken kam, dass ich mal auswandere das war 89, ich wollte meine Kinder nehmen, die ich schon damals alle beide mit nach Deutschland zu meiner Oma mitnehmen dürfte es war ja so, dass wir immer ein Kind zu Hause lassen mussten und immer mit einem anderen fahren und wieder umgekehrt und das sind wir mit beiden Kindern rausgefallen, ich wollte eigentlich das neue Leben anfangen vom 1. Januar aber da kam es zu dieser safteren Revolution und ich selber wurde zum Sprecher des Bürgerforums gewählt damals in der Stahlgießerei, wo ich arbeitete und so haben wir viele, viele Hegeländer, die zum Teil als Professoren an den Akademien gewirkt haben Als Sohn eines Hegeländer Posaunisten habe ich als Erster im letzten Jahrhundert die Posaune als Solo-Instrument in die Konzertszene, ich kann schon sagen, der ganzen Welt gebracht es ist mir also durch die freundlichen Einladungen von den Dirigenten, die mich weiterempfohlen haben, möglich gewesen eigentlich von Amerika über Afrika bis nach Asien als Erster jeweils mit den großen Sinfonieorchestern aufzutreten mit meiner Posaune habe Musikwissenschaften und Dirigieren in Salzburger Mozarteum zum Beispiel studiert, aber auch Privatunterricht gehabt als Dirigent habe ich Unterricht gehabt von den meiner Meinung nach beiden größten Meistern des letzten Jahrhunderts von Sergio Celibidake und von Herbert von Karajan Wenn ich nicht vertrieben worden wäre, sondern hätte im Land bleiben müssen, hätte ich diese Karriere niemals machen können Ich fahr gern ins Egeland, ich bin in Frauenrat geboren und ich hab das weit Land zu gern, das ist irgendwie, man merkt da das, träumen das So, jetzt sind wir also in Daubrat, tschechisch heute Dobrova und da sind diese wunderschönen Egerländer Fachwerkhöfe erhalten geblieben Ich frag mich oft, was hat mehr kaputt gemacht? Das Geld oder die Armut? Hier hat keiner was gemacht, somit ist die Substanz geblieben Und wir können diese alten, wunderschönen Egerländer Fachwerkhöfe doch noch anschauen Ich weiß nicht, wenn wir geblieben wären, ich will jetzt nichts sagen, ich will nichts sagen Ob das so geblieben wäre oder ob man das alles modernisiert hätte, ob man dieses Fachwerk gelassen hätte oder ob man es vielleicht rausgenommen hätte, wie es bei vielen Häusern der Fall ist halt der schwarze Hähner Also meine Großeltern haben mir immer erzählt, dass das Egerland früher eine liebevolle Heimat war eine Heimat mit Miteinander und Füreinander und dass da Freundlichkeit und eben das Beisammensitzen, Singen, Tanzen, Lustigsein, im Wirtshaus sitzen Das war immer so die Wirtshaus-Geschichte Also ich bin ein Mischlingskind zwischen einem Bayer und einer Vertriebenen aus Südmeern Damals gab es ja nicht so viele Vereine wie jetzt und ich bin bei den Egerländer gelandet mit einer Freundin Und da ist man aber so aufgeräumt und aufgehoben, das ist so schön und macht so viel Spaß dass ich halt da schon seit meinem achten Lebensjahr dabei bin und da auch den Roland kennengelernt habe Und ich finde halt auch irgendwie, dass die Jugend könnte ein bisschen mehr mitmachen, weil das Bundesjugendtreffen ist echt total lustig Wir machen Egerland ein Kulturgut, Egerland ein Mundort Wir wollen jetzt natürlich weiter feiern und deswegen rühren wir das so, weil aus der Schnabel gewachsen ist Wir sind so, dass wir singen, wir machen Tanzerei und nein, was bewegt mich Man ist damit aufgewachsen und möchte es heute Also ich mache eigentlich mit, weil es mir Spaß macht Ich hätte gerne, wenn unser Brauchtum, das alte Brauchtum, das für neue Mal war Wieder nahe in Egerland aufblähen können Ich bin der Möller Richard und ich komme aus dem östlichen Egerland Und meine Vorfahren sind schon vor, ja, im 18. Jahrhundert sind sie da irgendwie auftaucht Weil ich eben nur der letzte schreibende Egerlander bin, schreibe ich auch gerne Böchle und Texte und wir singen auch Egerlandrisch Wir haben eine CD rausgebracht, wo wir in der Mundart Wir sind die verbliebenen Egerlande, das heißt, wir sind nicht vertrieben worden Und das heißt, dass wir nicht jetzt mit bayerischen oder schwebischen oder sächsischen oder sonstwas Irgendwie Dialekt vermischt sind Wo eben ab und zu mal das tscheische mal auftaucht, weil wir haben ja nur tscheische Schulen Aber das macht nichts Die Barzellstrümpfe, die werden von links gearbeitet Und wenn man sie dann umdreht, wenn man sie dann schon sieht, sieht man dann die schönen Barzell Die Beuterl, die Barzell ergeben, ne? Und das ist dann eben das, was für die Tracht das ausmacht Egerländer Tracht, Barzellstrümpfe Der war ein junger Deutscher, war ein gelehrter Schuhbauermeister und hat, weil so viele Egerländer in Gerenziert waren, für die Egerländer die Hosenträger geniebt Und als er gestorben ist, habe ich das übernommen, ich habe es nie gelehrt, ich habe es nur angeeignet und von ihm abgeschaut Und nähe jetzt seit immerhin, ja, 26 Jahren für alle Egerländer die Hosenträger Ja und das ist der Rest der Familie, das ist die Johanna, die Leonie und meine Frau, die Bärbel Und die Kinder haben auch schon ein bisschen geübt an der Nähmaschine, also für den Nachwuchs ist gesorgt Ein Geburtstagsgeschenk war immer abgedeckt mit einem Stück aus der Heimat und deswegen sind wir jetzt auch hier im Museum tätig und versuchen noch ein bisschen zu retten Ich bin bei den Egerländern, da meine Großeltern sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits aus dem Egerland vertrieben wurden Und die schon ganz früh angefangen haben, sich in Gruppen zusammen zu tun Und ich bin bei den Egerländern dabei, weil ich es wichtig finde, dass man das, was unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben, einfach noch weitergibt Also es ist nichts gestorben nach der Vertreibung, sondern es hat sich weiter gebildet und weiterentwickelt Es war schon auch ein besonderer Volksstamm, diese Egerländer, was die geschaffen haben an Kunst, an Musik Sie haben eine Kultur geschaffen, die sie in die Welt getragen haben Es war wirklich ein tolles Land und wir hätten wahnsinnig viel schaffen können Wenn man diese Menschen nicht um die ganze Welt vertrieben hätte, die sie da immer wieder gefunden haben Die eigentliche Volksmusik des Egerlandes ist ja Dudelsack-Geige-Klarn-Mitte Also mein großer Wunsch ist, dass die Egerländer wieder zurück zu dem Dudelsack kommen, zu der Dudelsack-Kultur Dass wir genug Dudelsack-Schüler haben, dass wir diese Tradition weiter tragen in die Welt Ich habe im frühen Jahren, genauso wie meine beiden Brüder, Geige spielen müssen, kann ich sagen Mein Vater hat da großen Wert draufgelegt Ohne eine Frau, die die Egerländer noch gar nicht bekannt sein Die Dudelsack-Schüler haben wir nach Hause mit meinem Vater, der hat sich in der Schule Ich habe in der Schule studiert auf der Universität der Schule Ich habe in der Schule studiert auf der Universität der Schule Ich habe in der Schule gelernt, in der Schule In 2005 bin ich in Deutschland gegangen, wo ich eine andere Schule gemacht habe, weil mich auch historische Klavier interessiert. Ich bin ein Pianist. Ich studiere historische Klavier, also die Hammerklavier. Man macht sich natürlich nicht immer, weil wenn man sich nicht mehr so ist, dann ist es Ende. Nach dem Krieg bin ich in 1959 mit einer Freundin, die aus Lübü 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 aus Lübü. Bei der aus Lübü 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 und habe mit ihr eineeveryes civilizationsz Turutus in ein Leben. Ich war in Lübü bis General 2006 in My!!" habe ich mit einem Industries. was bei ihrer Bürihen sein und seine Be duger kidneys es in Lübü! Ich habe noch lange Jahre gearbeitet in der Akademie der Wissenschaften in Prag im Ethnologischen Institut und zwar über den deutschen Nachlass nach dem Deutschen Volkskunde aus dem ganzen Sudentenland. Und damals haben wir ein Projekt mit VW-Stiftung, also Volkswagensstiftung gemacht für Freiburger Volksliederarchiv. Da habe ich 88.000 Lieder analysiert. Das waren die Lieder aus Deutsch-Bürmen, aus Sagen-Wir, Bömerwald, Egerland, Nordwestbömen, Nordbömen. Mehrsprachinseln, deutschsprachige Inseln und dann auch teilweise Karpaten-Deutschen. Es gibt keinen Stamm als wie die Egerländer, die 3500 Volkslieder überliefert haben. Ich fahre halt gern noch mal ins Egerland, obwohl unser Bauernhof steht nimmer. Für immer wollte ich jetzt nicht mehr drin wohnen, weil also Freunde und die deutsche Sprache und einfach das Drumherum, das Deutschdom fehlt. Ich hatte große Gefühle, wie wir da waren. Und ich bin immer wieder hinübergefahren und von meinem Gefühl her habe ich jedes Mal mehr Abschied genommen. Ich möchte eigentlich nicht mehr hin. Eigentlich habe ich nur Kindheitserinnerungen. Wir haben keine Beziehungen mehr getreten. Es ist niemand dank mehr. Aber wir fahren gerne mal rein. Ich war selber schon drei oder vier Mal in Marienbad zur Kur. Ich habe sogar für den westbömenischen Auswahl Fußball gespielt. Ich habe viele Freunde da noch. Ich habe heute noch eine wahnsinnige Sehnsucht nach meiner Heimat, nach meinem Geburtsort. Ich habe, muss ich sagen, kein einziges Jahr versäumt, trotz der Schwierigkeiten, was in den 60er, 70er Jahren noch waren. Man musste ja Visum ansuchen. Man musste sich polizeilich anmelden. Man stand stundenlang an der Grenze. Wir wurden durchsucht. Die Autos wurden auseinandergenommen, wo Leute immer gefragt haben, warum tut ihr euch das an? Also ich habe meinen Geburtstag, liebe ich bis heute, obwohl alles andere ist. Ich möchte nicht mehr zurück. Und das wird es in 10 und 15 Jahren auch noch geben. Ja, wenn dann so kommt, dass wir wieder zu unseren Stammtischgruppen, Stammtischkreisen zurückkommen, wie sich der Bund der Echlander Gmeuen und die Gmeuen auch gegründet haben, wenn wir da wieder hinkommen, dann müssen wir uns da auch nicht 70, 80 Jahre später nach der Vertreibung auch nicht drum schämen. Deshalb gehe ich mit offenem Herzen und offenen Augen in die Zukunft. Ich bin jetzt zwei Jahre lang mit einigen jungen Menschen durchs Sudetenland mit dem Fahrrad gefahren. Aber wenn sie dann wirklich nach Aussicht kommen und dann auf der Brücke dastehen und man sagt, ja ungefähr da irgendwo hat man die junge Frau mit ihrem Kind in dem Kinderwagen in den Fluss geworfen, aber man geht auch in ein Schloss hinein und man betrachtet die Natur, man fährt ja eben Rad und unterhält sich so unterwegs. Aber dann sehen sie das wirklich mit anderen Augen und sie sehen das schon relativistisch, dass da eben zwei mögliche Ansichten sind und das kann dann auch helfen. In meine Kompetenzen gehört dann auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Für uns ist dann äußerst wichtig, dass wir mit unseren Nachbarn gut kommunizieren, dass wir mit unseren Nachbarn sehr gut kooperieren in vielen Projekten im Rahmen des Euregio Egrensis. Ich bin in Karlsbad geboren und in meinem vierten Lebensjahr bin ich nach Eger gekommen. Meine selige Mutter war Deutsche und der Vater war Tscheche, darum haben wir können in meiner Heimat bleiben. Ich bin ein Mitglied von Valtazara Neumann, 12 Jahre alt. Das ist ein Chesko-Nämeckes Zentrum, das sich in den 15 Jahren in der ganzen Republik, in den Tschechen, in Moravien und in Slesien. Ich fühle mich eigentlich wie ein Verbindungsglied zwischen Tschechen und Deutsch. Obwohl mein Umfeld nur und nur tschechisch ist, also seit dem Kindergarten, Schule, Universität und auch im Beruf und im öffentlichen Leben, trotzdem bin ich immer und sind wir alle in der Familie auch dem deutschen Ursprung, also treu geblieben. Aber zu Hause, im Haus, im Erzgebirge, in Rothau, wo wir wohnen oder im Frühbus, wo wir auf die Welt gekommen sind, dort haben wir nur mit dem deutschen Dialekt, dem westerzgebirgischen Dialekt gesprochen. Mit kann König mächtig tauschen, weil dort rum mein Heißel steht. Ein wahnsinniges Erlebnis, die goldene Hochzeit meiner Großeltern im Markt Tretwitz, den Film zu drehen im Markt Tretwitz, den Markt Tretwitz zu erleben, die Egeländer mitzuerleben. Ein Traumerlebnis. Was nicht festgehalten ist, was nicht in Büchern drin steht oder irgendwo aufgeschrieben ist, das ist verloren. So geht es vielen anderen Volksgruppen, es ist nichts mehr vorhanden. Man kann nichts mehr erzählen, man kann nicht mehr nachschauen, man kann seinen eigenen Kindern nichts sagen, man kann in der Schule nichts weitergeben und da waren sie emsig, die Egeländer. Wahrscheinlich am emsigsten von allen. Ich habe in Korea einen internationalen Blechbläserwettbewerb mitgegründet. Und das ist heute innerhalb von zehn Jahren aus einem unbedeutenden kleinen Wettbewerb der größte und bedeutendste für diese Sparten in der ganzen Welt geworden. Und als Dank dafür bin ich dann zum Ehrenbürger der Stadt, der 5-Millionen-Stadt Jeju ernannt worden. Und ich fühle mich in den Hügeln Koreas sehr wohl, die mich an meine Egeländer-Heimat erinnern. Heute ist es ja Gott sei Dank schon so, wenn es rüberfasst, du kommst in der Tracht, es gehen ja die Leute auch auf dich zu. Und vor allem von der Jugend her ist jetzt diese dritte Generation oder teilweise vierte Generation wahrscheinlich, die sind ihrer Sache jetzt offener gegenüber. Sie stellen auch die Fragen, sie wollen auch wissen, was da damals war. Mein Wunsch ist es, dass meine Kinder später auch mal in Tracht auf der Bühne stehen beim Bundestreffen und das auch immer wieder weitergeben. Natürlich werden die alten Egerländer nach und nach wegsterben, ich auch bald, aber ich bin sicher, es geht weiter. Also ich habe kein Bedenken, dass es weitergeht. In früheren Zeiten war es ja so, da haben sie die Viersteher so, wenn sie neue Mitglieder gekriegt haben, dürften es halt nur Egerländer sein. Niemand anders. Sehen Sie, das ist auch so der Unterschied. Die Egerland-Bewegung, die könnte heute gar nicht mehr existieren ohne die Freunde außerhalb unseres Volkstammes. Seit vielen Jahren nehmen wir junge Schwaben, junge Hessen, junge gebürtige Bayern bei uns auf, die von der Stammesherkunft nichts mit dem Egerland zu tun haben. Wir haben auch eine Tüchtige in der Jugendarbeit drin, das ist zum Beispiel eine Rumänien-Deutsche, aber die könnte man nicht mehr missen. Wir arbeiten hier sehr eng mit Galerien, Museen und Archiven zusammen und wir freuen uns, wenn wir Jugendliche und Schüler auch aus beiden Ländern, aus Deutschland und der Tschechischen Republik hier haben, um gemeinsam die Geschichte des Egerlandes zu erforschen, auf die Spuren der Egerländer zu gehen. Das ist die Zukunft auch des Egerland-Museums. Das Egerland-Museum soll ein lebendiger Ort werden, an dem man sich austauscht, an dem man Ausstellungen sehen kann und gemeinsam etwas macht. Ja, das Egerland-Museum ist natürlich für uns schon wichtig, weil gerade da diese Erinnerungen von den alten Sachen, die was ja die Jungen jetzt teilweise gar nicht mehr wissen oder gar nicht mehr mitbringen, hier dargestellt werden können, wo man ihnen auch erklären kann, so war das oder wir haben ja diese Ausstellung gehabt mit dieser Truhe, wo das Essen warm gehalten wird. Solche Sachen wissen ja die jungen Heizetags gar nicht mehr und das ist natürlich schon wichtig, dass es das Egerland-Museum gibt, um diese Erinnerungen wach zu halten. Und das Egerland-Museum ist doch ein Stückchen Heimat für uns. Und deswegen gilt auch unsere Einladung an denjenigen, der auch Egerländer Wurzeln hat, sich auch mal hier im Egerland-Kulturhaus umzuschauen und vielleicht auch nach seinen Vorfahren zu suchen, denn wir haben auch eine Egerländer Studienbücherei und eine Egerländer Gemäldesammlung. Und da könnte man doch das ein oder andere finden, was einen an seine eigenen Vorfahren erinnert. Ich sag mal, es ist ja da der Brunnen geschaffen worden, der ja schon ein Anziehungspunkt ist für viele, die ja wirklich dadurch nur hinfahren. Und auch natürlich dann auch gleich die Gelegenheit nutzen können, ins Museum reinzugehen. Musik 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 Ich finde es gut, dass sich inzwischen ein größerer Kreis von jungen Tschechen für die Geschichte interessiert. Und da kommen plötzlich 40, 50 Deutsche in das Dorf, die kennen sich offensichtlich aus, schauen sich da interessiert um. Aber keiner sagt, das ist meines, das will ich wiederhaben. Und da müssen die jungen Leute anfangen zu fragen, wie gibt es das denn? Woher kennen sich die denn aus? Weil sie ja in ihrem Geschichtsunterricht was anderes gelernt haben. Und darin gefangen die Fragen an. Die nennen sich bewusst Antikomplex, von tschechischen Studenten gegründet. Die haben eine einfache, aber eine solche Ausstellung gemacht. Die haben Fotografien genommen, so etwa 1925, 1930, dann den Ort oder das Denkmal oder was es auch war fotografiert. Und dann vom gleichen Standpunkt aus dieselbe Fotografie gemacht. Und dann sieht man ganz deutlich, wie viel er verfallen ist. Uns im Land ist auch bewusst verlorene Sudeten. Und ich denke, das ist jetzt eine wichtige Feststellung. Wir haben leider, das ist das Tragische dabei, beide verloren. Wir Deutschen haben drüben die Heimat verloren und den Besitz. Aber die Tschechen konnten das nicht einfach übernehmen, weil einfach die Leute gefehlt haben. Man kann nicht einfach von heute auf morgen dreieinhalb Millionen Leute ersetzen und machen entsprechende Fachleute dazu. Und ich denke, das könnte so auch ein Ansatzpunkt sein, zu sagen, wie geht es jetzt weiter? Und wir sind einfach Nachbarn. Und da ist ja etwas gewachsen über die Jahrhunderte. Da war ja ein ganz reger Austausch. Das war eine wechselseitige Befruchtung. Und das, denke ich, sollten wir weiterführen, weil es einfach sinnvoll ist. Aber das geht nur, wenn wir bereit sind, uns zu öffnen. Und das geschieht ja auch schon weitgehend. Ich merke ja, dass es jetzt so viele Verbindungen hin und her gibt. Und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch auf dieser kulturellen Ebene, auf der persönlichen Ebene. Und das, denke ich, trägt für die Zukunft. Da sind die Menschen auf der örtlichen Ebene viel weiter. Ja, für mich, wenn ich also da reinfahre, jetzt in solche Städtenland oder Egerland, wenn ich fahre, ist das für mich touristisch. Ein wie Tourismus redet und das abwertet. Also sagen, hey, das ist doch eine Chance für uns, dass die Leute sich interessieren. Wenn wir die gewinnen, haben wir ja etwas. Kurzsichtig. Eine Lösung dieses Problems kann ich mir nur durch die Jugend vorstellen. Durch unsere Jugend und die Jugend da drüben. Und da wird ja auch schon viel gemacht. Auch die tschechische Jugend ist schon sehr aufmerksam geworden auf das, was da eigentlich damals passiert ist. Inzwischen gibt es auch eine tschechische Ackermann-Gemeinde. Das Überraschende war für mich, dass die sie bewusst Ackermann-Gemeinde genannt haben. Dieses deutsche Wort. Das ist Ruzhani-Ackermann-Gemeinde. Die haben inzwischen auch einen Jugendverband gegründet, das Pirala. Und da gibt es ganz gute Verbindungen zwischen der jungen Aktion und zwischen diesem Jugendverband auf tschechischer Seite. Und da halte ich etwas davon. Und es waren so ergreifende Erlebnisse für die Oma, dass die auf der gesamten Heimfahrt, die hat viel gesprochen, aber da war sie ganz still. Hat das eine oder andere Lied vor sich hin gesummt. Und dann kommen wir zu Hause an und da sagt sie, Kinder, wisst's was? Es war so schön, nochmal in der alten Heimat gewesen zu sein. Aber was ein Glück, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Meine Oma hat im Alter von 85 Jahren bewusst gespürt, es gibt eine alte Heimat und es gibt jetzt das Zuhause. Und das hat sie auf mich übertragen. Und das ist auch das, was ich versuche an meine Kinder weiterzugeben. Wir haben Wurzeln in der alten Heimat, aber da wo wir jetzt leben, da sind wir zu Hause. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, was ich jetzt sage, dass das vielleicht ein bisschen eigenartig klingt für einen alten Egerländer, der seine Heimat verlassen musste. Ich habe mir da so oft mal meine Gedanken gemacht, also ich gehöre zur Bekenntnis-Generation. Mein Großvater war die Generation, der Haus und Hof verlassen musste, der gehen musste. Der mitten in diesem Feuer stand, mitten in diesem Brand, der eigentlich verbrennen hätte müssen, vor lauter Gram und vor lauter Sorge dieses Land zurücklassen zu müssen. Einfach weg über Nacht. Meine Mutter, die erste Generation dieser Vertriebenen, die noch drüben geboren war, würde ich sagen, das war die Generation, die vielleicht am Rande des Feuers stand. Die waren jung, die haben das zwar auch gespürt, dass sie ihre Heimat verlassen mussten, sie haben ihre Jugend verloren. Sie sind hier rübergekommen, aber das war die Zeit, wo sie jung und stark und kräftig waren und sagten, wir müssen neu anfangen. Wir können nicht auf unseren Vertreibungskisten sitzen bleiben, es muss weitergehen. Und wir, die Nachgeborenen, die also nach der Vertreibung geboren sind, ich glaube wir sind diejenigen, die irgendwo die Glut noch sehen, denen die Glut dieses Brandes von damals noch irgendwo schon in den Knochen steckt. Wir stochern jetzt in dieser Glut. Diese Glut, die glimmt immer noch, die glimmt immer noch für diese Heimat. Und ich denke, das sind die drei Generationen, die eben irgendwie Feuer, Rand des Feuers und die Glut des Feuers jeder auf seine Art und Weise erlebt hat. Und wir, die wir eben nachgeboren sind, ich denke, wir sollten wieder versuchen in dieses Land zurückzukehren. Wir sollten hier nicht mit diesem alten Hass weiterarbeiten. Denn Hass erzeugt wieder Hass und wir können nicht wieder neu vertreiben. Und wir sollten auf diese Menschen zugehen. Es sind Menschen wie wir. Und es sind liebenswerte Menschen, die Kultur haben, mit denen man was anfangen kann. Wir wohnen hier nebeneinander, mitten in Europa, mitten im Herzen Europas, wo das Herz Europas schlägt. Und das Herz muss weiterschlagen. Oder müssen wir den Herz einen Herzschrittmacher beifügen? Das wäre das Schlimmste, was uns passieren würde. Nein, wir sind der Herzschrittmacher, der weitermachen muss, dass wir hier in Europa mittendrin wieder in alle Seiten zusammenwachsen. Man muss doch endlich einmal zu einem Schluss kommen. Wir können die Zeit nicht zurücktreten und wir können nicht sagen, das war falsch oder was haben uns die da alles angetan. Mit dem ist es ja nicht geschehen. Eins muss ich dazu sagen. Mir ist es in meinem Leben noch nie so gut gegangen wie nach der Vertreibung aus der Tschechoslowakei. Dann wäre ich dort drin geblieben, würde ich zur Minderheit gehören. Hier habe ich wunderbare Arbeitsplätze gehabt, war immer gut versorgt. Und die Jungen, denen kann man ja wirklich keine Schuld zuweisen. Das waren damals Kinder oder waren noch gar nicht geboren. Also was sind wir denen da jetzt? Es geht einfach nicht. Diese Generation wird wahrscheinlich die Probleme nicht mehr aus dem Weg räumen können. Die Lösung wird wahrscheinlich dann in der nächsten Generation sein. Ich sehe das ganze Problem in einer europäischen Einigung. Zusammen mit den Tschechen. Die Zukunft heißt nur so, wir haben größten Frieden der deutschen Geschichte. Über 60 Jahre. Dieser Spruch, den gibt es allerdings schon weit, weit vor der Vertreibung. Hat also nichts damit zu tun. Mit dem hat er schon vor 100 Jahren geworben, wie die ersten Mäume getragen. Die Egerer haben gesagt, wir könnten eigentlich das Traditionsfest aus Eger, das Vincenzi-Fest, könnte man eigentlich nach Wendlingen herholen. Und so wurde das erste Egerer Vincenzi-Fest 1952 in Wendlingen zum ersten Mal gefeiert. Wir haben auch sehr gute Kontakte zu der Stadt Wellingen am Neckar und zu der ganzen Egerländer Gmoy. Ich begrüße so was die Aktivitäten, weil wir finden diese Zusammenarbeit und diese Belebung von alten Traditionen, was da für die Region äußerst wichtig ist. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg und im Kalten Weltkrieg hauptsächlich war die Identität auf der tschechischen Seite sehr beseitigt. Und ich denke auch die jüngere Generation bei uns soll wissen, was war Egerland, was war die egerländische Kultur, die Wurzeln. Und einfach, obwohl die nicht aus Egerland stammen sind meistens, sollen die wissen auch zumindest in welcher Region die sich befinden. Und was war die reiche Geschichte und die Bedeutung von der ganzen Region. Ich lade alle recht herzlich ein, am letzten Sonntag im August zum Vincenzi-Fest nach Wendlingen zu kommen. Da ist immer was los. Also ich wünsche auf alle Fälle unserer jungen Generation, dass sie weiterhin die Kraft hat und die Ausdauer ihren Kindern, das ganze Kulturgut der Egerländer, sei es die Mundart, sei es die Musik, sei es die Literatur und die Trachten, alles an die Kinder und Kindeskinder weiterzugeben. Und das wünsche ich mir, Frieden und Eurung. Es wäre durchaus ein Thema, dass Bundesmaßnahmen, die sonst in Madridwitz auch länderübergreifend, dann grenzübergreifend, dann in Walkenau oder Eger oder Marienbad stattfinden, dass sowas auch die Egerland-Jugend macht. Das war ja auch die positive Nachricht des vergangenen Sudetendeutschen Tages, dass sich auch die Führungsspitze der Sudetendeutschen Landschaft vorstellen könnte, in nicht allzu ferner Zeit einen Egerlandtag auch in Eger, also in einer historischen Egerländer Stadt durchzuführen. Meiner Meinung nach eine gute Idee, weil natürlich wirkt das Ganze viel echter, wenn es auch in der tatsächlichen Heimat dann stattfindet. Solange es Eger als Eger gibt, die Stadt und den Fluss Eger, wird man auch immer noch und immer wieder von den Egerländern sprechen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen der Suche Egerländer Vielen Dank.